Schönen guten Tag allerseits. Ich begrüße Sie zu der Tagung der Brand des Glaspalastes 1931. Wir haben jetzt einen Abendvortrag von Mathilde Cartolari. Wir freuen uns sehr. Mathilde Cartolari ist derzeit Postdoc am Lehrstuhl für Cultural Heritage Studies an der Universität Wien. Im Jahr 2022 schloss sie ihre Promotion an der Technischen Universität Berlin in Cotutel mit der Universität Udine ab. Ihre, also von Donata Levi und Benedikt Savoar betreute Dissertation Ambassadors of Beauty, italienische alte Meister und die faschistische Kulturdiplomatie 1930 bis 1940 wurde letztes Jahr mit dem Willibald-Sauerländer-Preis des Zentralinstituts für Kunstgeschichte und mit der Sondermedaille des italienischen Senatspräsidenten, nicht des italienischen, des Senatspräsidenten der Fondation Spadolini in Florenz ausgezeichnet. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen auf dem Zusammenspiel von Museums- und Ausstellungsgeschichte, Konservierung und Kunstgeschichtsschreibung im Europa des frühen und ich würde sagen auch des mittleren 20. Jahrhunderts. Wir freuen uns sehr, dass Mathilde Cartulari als Abschluss des heutigen Tages, der dem Glaspalastbrand gewidmet war, über ihre, ein Stück weit über ihre Dissertation, aber auch sehr viel weiter davon ausgehend über deutsch-italienische Perspektiven, auf die Ausstellungsforschung sprechen wird. Mathilde, if you want to. Danke. Also, bevor ich anfange, möchte ich mich sehr herzlich bei Christian Vormeister und Franziska Lampe bedanken für die Neugier und den Enthusiasmus, mit denen Sie diesen Workshop vorangebracht haben. Es hat echt Spaß gemacht und für mich war es wirklich eine offene, eine Schule für die offene und kreative Zusammenarbeit. So, vielen, vielen Dank. So, danke an alle Workshop-TeilnehmerInnen und danke an Sie, liebe Gäste, die in diesem, an diesem späten Juli-Tag Nokia sind. Ein großes Dankeschön auch an das CETI-Personal für die Gastgeberschaft und die technische Unterstützung und schließlich danke an meine Kollegen Merten Lagertz und Robert Scriblis für die sprachliche Überprüfung dieses Textes. Als wir den Workshop konzipierten, setzen wir uns ein ideales und, wie ich später gemerkt habe, vielleicht zu ambitioniertes Ziel für diesen Abendvortrag, nämlich anhand meiner Dissertationsarbeit die Bedeutung und Relevanz der Aufstellungsgeschichte für die Kunstgeschichte zu diskutieren. Wie gesagt, ein zu ambitioniertes Ziel. Ich werde das also zunächst korrigieren und betonen, dass die im Titel erwähnte deutsch-italienische Perspektive selbstverständlich nur eine von vielen möglichen Kunstgeschichten ist, und zwar genau meine, eine Ende 2017 von Venedig nach Berlin migrierten Kunsthistorikerin. Ich weiß, dass ich weder alt noch maßgebend genug bin, um in öffentlichen Erinnerungen zu schwelgen. Also werde ich versuchen, meine ersten Überlegungen auf die Ebene der Forschungsperspektive zu beschränken und mich dann auf Material und Inhalt zu konzentrieren. Wenn man von Aufstellungsgeschichten und alten Meistern spricht, letztere Verstandenen als die im Kanon der europäischen Kunsttradition verankerten Künstler und wenige Künstlerinnen, muss man mit dem Buch beginnen, das diesen Forschungszweig wesentlich geprägt und Richtungen vorgegeben hat, nämlich die Fimeral Museum, Old Master Paintings and the Rise of the Art Exhibition des britischen Kunsthistorikers Francis Haskell. Das Buch war zum Zeitpunkt von Haskells Tod am 18. Januar 2000 noch in Arbeit und wurde posthum von Nikolaus Penny herausgegeben. Was nicht alle wissen, ist, dass das Buch eigentlich aus einer Reihe von Vorlesungen hervorgegangen ist, den sogenannten Letzioni Comparattiane, die Haskell 1999 an der Schola Normale Superiore in Pisa gehalten hat. Daher kommt es, dass das Buch auf Italienisch in zwei Versionen existiert. Die rechts abgebildete ist die 2008 bei Skira erschienene Übersetzung von der Fimeral Museum, während der kleine Band auf der linken Seite eine frühere Version ist, eine Art Erstaufgabe mit leichten Abweichungen, die das ursprüngliche Skript der Pisa-Vorlesungen umfasst. Ich vermute, dass dieser pisanische Entstehungskontext von Haskells Buch, der in der italienischen Forschungswelt schon lange sehr aktiv und sehr geschätzt war, ein Schlüssel zum Erfolg für die Forschung zur Aufstellungsgeschichte in Italien seit den 2000er Jahren war. Ein Erfolg, der im letzten Jahrzehnt zu einer regelrechten Mode geworden ist und meiner Meinung nach in der europäischen Kunstgeschichte einen Sonderfall darstellt. Ich zeige Ihnen nur einige der Deckblätter wichtiger Publikationen zu diesem Thema, die sowohl einzelnen Ausstellungen gewidmet sind, wie Monschatis Monographie über die Giotto-Ausstellung von Florenz, 1937, die Erstellung 2010, das Buch, als auch gewidmet kunstlehrischen Epochen, wie Casternovo Monschatis Band Medioevo Medioevi von 2008. Im italienischen Kontext hat sich die Ausstellungsgeschichte somit als eigenständige historiografische Nebendisziplin etabliert, das sich vor allem auf die Haskellsche Perspektive der Geschmacks- und Rezeptionsgeschichte konzentriert. Darüber hinaus erwiesen sich Ausstellungen als wichtiges Feld, um die Rolle der Kunstgeschichte im Prozess der Konstruktion nationaler Identität zu untersuchen. Diese Perspektive hat das Projekt L'Italia delle Monstre der Universitäten Urbino und Udine angeregt. Dabei handelte es sich um ein Projekt zur Katalogisierung über Ausstellungen altmeisterlicher Kunst, die zwischen 1861 und 1945 in Italien stattfanden, das 2020 sowohl in gedruckter als auch in Onlineform veröffentlicht wurde. Abschließend möchte ich noch eine weitere Besonderheit des italienischen Forschungskontextes erwähnen, die weniger für die Ausstellungsgeschichte als für mich persönlich von Bedeutung ist, da ich mein Studium der Kunstgeschichte mit einer Masterarbeit über Restaurierungsgeschichte abgeschlossen haben. Ausgehend von Alessandro Contis Standardwerk Storia del Restauro e della Conservazione delle Opere d'Arte ist die Restaurierungsgeschichte in Italien nämlich ein integraler Bestandteil der Museums- und Rezeptionsgeschichte. Das ist ein großer und für mich sehr schmerzlicher Unterschied zum deutschen System, wo, wenn ich mich nicht irre, die Restaurierungsgeschichte in den universitären Studiengängen der Kunstgeschichte selten vorkommt und er als eine technisch-praktische Domäne an der Technischen Hochschule betrieben wird. Ich nenne dies einen schmerzlichen Unterschied, weil ich glaube, dass es von grundlegender Bedeutung ist, die historischen theoretischen Ansätze mit dem materialen und konkreten Aspekt des kulturellen Erbes zu verbinden. Dies war einer der Grundsätze, der uns bei der Organisation dieses Workshops geleitet hat und den wir öffentlich heute vermittelt haben. Im Vergleich zum italienischen Kontext scheint mir in der deutschen Forschungswelt, die ich, muss ich gleich betonen, weniger kenne, da ich erst seit relativ wenigen Jahren Deutsch gelernt habe, bei der Ausstellungsgeschichte das Augenmark eher auf der künstlerischen Produktion zu liegen als auf der Rezeption. Einfach formuliert, die deutsche Kunstgeschichtsschreibung hat sich weniger für die alten Meister als für die moderne Künstler interessiert, also KünstlerInnen, die in einem Kunstbetrieb agieren, in dem die Ausstellungen selbst zeitgenossen sind und so die künstlerischen Ausdruckmittel, Strategie und Karriere mitbestimmen. Für das 20. Jahrhundert steht vor allem die nationalsozialistische Politik der enttateten Kunst im Vordergrund, die einerseits die Rolle von Aufstellungen als Instrument zur Durchsetzung einer Kulturpolitik und Ideologie hervorhebt und sie andererseits zu einem Untersuchungsfeld der Provenienzforschung macht. Zwischen 2017 und 2022 als Doktorani ein Fachbereich Kunstgeschichte der Moderne an der TU Berlin gewesen zu sein, bedeutete sich ständig mit der politischen Dimension der Provenienzforschung und der Kunstmarktforschung auseinanderzusetzen, wobei ich lernte, die Wege der Kulturgutverlagerung im Lichte der kommerziellen und symbolischen Aneignungs- und Enteignungsprozesse des kulturellen Erbes zu interpretieren. Es waren die Jahre, in denen die Debatte um das Umweltforum und die Restitutionen explodierte, als die große Projektstelle von Translocation – Historical Inquiries into the Displacement of Cultural Assets begann. Hier sehen Sie die Ergebnisse des Projekts, der Blog und der Bildatlas Beute, der zusammen mit der Anthologie 2022 veröffentlicht wurde. In der Parallele zwischen Text und Bild wird uns deutlich, inwieweit diese spektakulären Bilder von reisenden Kunstwerken in verschiedenen Epochen und Kontexten, von den Feldzügen Napoleons bis zur brutalen Ausbeutung der kolonisierten Länder, als Mitte zur rhetorischen Feier der Siege über die Besiegten dienen. Im Folgenden werde ich mich daher insbesondere auf das Thema Transport konzentrieren, um zu zeigen, wie diese multifokale deutsch-italienische Perspektive dazu beitragen kann, einem per Definition interdisziplinäres Feld wie das der Ausstellungsgeschichte zu erforschen. Meine Beispiele beziehen sich auf zwei große internationale Leih-Ausstellungen, die in den 30er-Jahren vom faschistischen Regime in London und Paris organisiert wurde, um Italiens Position auf dem europäischen geopolitischen Schachbrett zu verbessern. Die erste ist die Ausstellung »Italian Art 1200 – 1900«, die 1930 in der Royal Academy in London stattfand und von Haskell in einer ersten Studie untersucht wurde. Diese Ausstellung ging nicht auf ein offizielles Programm zurück, sondern auf eine private Initiative britischer diplomatischer Kreise. Die Mussolinis persönliche Unterstützung gewonnen, wodurch sie die Leihgabe von Dutzenden von Meisterwerken aus italienischen Sammlungen erwirkten. Hier sehen Sie die »Central Hall« mit dem sogenannten »David Apollo« von »Michelangelo«, mit dem »David« von »Donatello« und dem »Vorrocchio« im Hintergrund. Dies ist der dritte Saal mit Meisterwerken wie »Giorgiones Gewitter«, damals noch in Privatbesitz, »Masaccio Disco da Parto« aus den Berliner Museen, »Domenico Ghirlandai« aus »Giovanna Turnabuoni«, damals in der Sammlung J.P. Morgan und »Botticelli Geburt« der »Venus« und »Piero della Francesca Diptycon« aus den Uffizien. Die zweite Aufstellung, die ich analysiere werde, ist »Lare Italien d'Occimabue a Tiepolo«, die 1935 im Petit Palais in Paris stattfand. Diese Aufstellung war eine Hymne an die Latinite, die lateinische Schwesternschaft, die 1933 bis 1935 die diplomatische Achse zwischen Frankreich und Italien belebte, um den Aufstieg Nazi-Deutschlands in Europa einzudämmen und Mussolinis imperiale Ambitionen in Äthiopien zu legitimieren. Hier sehen Sie die Kopie der kapitolinischen Wölflin, die zusammen mit einer Mussolini-Büste jeweils zu Beginn und am Ende der Ausstellung ausgestellt war. Die italienisch-französische Achse scheiterte an Mussolini-Einmarsch in Äthiopien, was zu einer Neuausrichtung der italienischen Außenpolitik auf die Allianz mit Deutschland führte und die geopolitische Situation mitbedingte, die zum Zweiten Weltkrieg führen sollte. Die Pariser Ausstellung war eine Art Neuauflage der Londoner Ausstellung von 1930 in noch monumentallerem Maßstab, mit Werken wie »Der Geburt der Venus von Botticelli«, »Pierros Diptykon«, »Der Venus von Urbino« von Titian, »Dem Landlichen Konzert aus dem Louvre«, »Giorgiones Gewitter« aus »Venedig« und »Judyth aus der Hermitage«. Hier sehen Sie ein außerordentliches Ensemble des malerischen und skulpturalen Werks von Michelangelo, das sich den franco-italienischen Leihgaben des »Tondo Doni« aus den Offizien und der beiden »Prigioni« aus dem Louvre verdankten. Soweit zu den Ausstellungen. Nun kommen wir zum Thema der Zirkulation von Kunstwerken, die ich durch die Linse des Spektakels, der Materialität und schließlich der Politik analysieren möchte. Meine Analyse beginnt mit diesem interessanten Dokument, das Christian Vormeister im Archiv entdeckt und mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Es handelt sich um einen Bericht, den der bayerische Staatsminister für Unterricht und Kultus auf der Sitzung des Ältestenrats nach dem Brand des Glaspalastes 1931 erstattete. In Bezug auf das Problem der Versicherung von Gemälde berichtete der Minister, ich zitiere, »In den letzten Jahren hat ja das Ersuchen von Ausstellung zu Ausstellung, von Sammlung zu Sammlung, um leihweise Überlassung dieser oder jener Museums- und Galeriestücke zu genommen, das man eigentlich schon von Standpunkten des Besitzer Bedenken getragen hat.« Aber da all die Dinge auf Gegenseitigkeit beruht haben, hat man sich immer wieder entschlossen, solche Leihverträge einzugehen. Ich darf erinnern, dass im vergangenen Jahr in England eine große Kunstaufstellung war und dass da entgegen dem Rate seiner Sachverständigen Mussolini Kunstgegestände selbst singulärsten Art sogar auf dem Wassertransport nach London gegeben hat. Zitat Ende. Der Minister informiert uns über mehrere wichtige Aspekte. Erstens, dass das Ausstellungswesen und damit die Ausleihe von Kunstwerken im Laufe der Jahre so stark zugenommen habe, dass die verleihenden Institutionen, Museen und PrivatsammlerInnen, Bedenken bekommen hätten. Dennoch haben wir sich entschlossen, im Lichte des Prinzips der Gegenseitigkeit, das heißt der Teilnahme am internationalen Leihverkehr, der auch ein Leih-Austausch war und noch heute ist, weiterhin nach dem Standardverfahren der sogenannten Nagel-zu-Nagel-Versicherung aus Leihen zu tätigen. Zu dieser Entscheidung trug insbesondere das Aufsehen um die italienische Kunstaufstellung im Jahr 1930 bei, als Mussolini beschlossen hatte, trotz der gegenteiligen Meinung italienischer Museumsexperte, Meisterwerke von Italien nach London zu schicken. Der Minister berichtet, Zitat, dieses Vorgehen der italienischen Regierung hat die andere Regierungen der europäischen Kulturländer auch zum Entgegenkommen veranlasst. Wir haben ja noch beispielsweise in London eine Aufstellung persischer Kunst und haben auch, nachdem das Reich großen Wert darauf gelegt hat, uns entschlossen, Dinge dorthin zu schicken. Nach Paris sind ebenfalls Leihstücke zu einer Ausstellung byzantinischer Kunst gegangen. Alle diese sind voll versichert. Zitat Ende. Mussolinis Vorgehen hatte also andere Regierungen in gewisser Weise dazu gezwungen, sich an andere Ausstellungen zu beteiligen, um zu beweisen, dass sie nicht nachstehen würde und mit gleicher Größe zu wichtigen internationalen Ausstellungen beitragen konnten. Abschließend betont der Minister die Bedeutung der Gegenseitigkeit internationaler Leihgaben, nicht nur der ausgehenden, sondern auch der eingehenden Leihgaben und nennt als Beispiel die Dürer-Sonderausstellung, die 1928 in Nürnberg anlässlich des Dürer-Jubiläums organisiert worden war und bei der Seltenheiten aus dem fernen Auslande ausgestellt worden seien. In diesem Dokument sind mehrere Aspekte von Interesse. Erstens der Hinweis auf den Wasserstransport italienischer Kunstwerke zur Londoner Ausstellung von 1930, der uns ermöglicht, das spektakuläre, man könnte sagen den Eventcharakter der Ausstellung als primäres Ereignis zu thematisieren. Heute haben wir ausführlich über die Gefahren des Feuers gesprochen, während die italienische Ausstellungen in London uns zur Gefahr durch ein anderes der Elemente führt, das Wasser. Am dritten Dezember 1929 fuhren Meisterwerke aus italienischen Sammlungen, die in Gena zusammengezogen worden waren, an Bord des Dampfers Leonardo da Vinci nach London ab. Es war der italienische Organisator der Ausstellung Etre Modigliani rechts im Bild, Direktor der Mailander Pinakotheke di Brera, der auf dem Transport über den Seeweg bestanden hatte, da er ihn für sicherer und weniger aufwendig hielt als den Eisenbahn- und Schiffsweg über den Kontinent. Modigliani, der während des Ersten Weltkriegs viel Erfahrung mit der Logistik von Kunsttransport gesammelt hatte, kümmerte sich akribisch um jeden Aspekt des Transports, einschließlich seine Inszenierung. Modigliani war sich bewusst, dass die Bilder des Transports, vervielfältig durch Fotos und Videos, als Resonanzboden für die Propaganda-Botschaft der Ausstellung dienen konnten. Schon der Name des für den Transport gewählten Dampfchips, die Leonardo da Vinci, erinnerte an den Erfindungsreichtum und die Kreativität des italienischen Nationalgenießs durch den Namen des großen Künstlers und Ingenieurs der frulentinischen Renaissance. Die Botschaft war eine doppelte. Zum einen den großen Mythos der italienischen Renaissance-Kust zu beschwören und zum anderen den technisch-logistischen Einsatz der faschistischen Regierung vor Augen zu führen, der den Transport ermöglichte. Was wollte man sagen? Wir haben Intelligenz und Schönheit, aber auch Muskeln und Geschichtlichkeit. Dieser militaristische Unterton scheint mir auch im Zusammenhang mit der Geschichte der Leonardo da Vinci von Bedeutung zu sein, die einige Jahre später in Mussolinis koloniale Invasionskampagne in Afrika eingesetzt wurde, bevor sie gekappert und unter dem Namen RFA Maine in den Dienst der britischen Schirme gestellt wurde. Während der zehntägigen Reise geriet das Tresorship jedoch in einen heftigen Sturm im Atlantik am Golf von Biscaya. Rechts sehen Sie Fotos von den Wellen, die ein Fotojournalist an Bord des Schiffes aufgenommen hat. Einige Tage lang gab es keine Nachrichten über das Schiff und die internationale Presse wurde in Atem gehalten, weil sie den Verlust unschatzbarer italienischer Kunstwerke befürchtete, darunter die berühmtesten Meisterwerke, die wir gesehen haben, Donatello, Botticelli, Michelangelo, Raphael und so weiter. Glücklicherweise nahm die Angelegenheit ein gutes Ende und die Leonardo da Vinci langte einige Tage später im Affen von London an, wo sie vom britischen Ausstellungskomitee mit großer Erleiterung begrüßt wurde. Die beinahe Katastrophe wurde in der Rhetorik der Organisatoren in einen zusätzlichen Erfolgsjahr-Triumphsmotiv verwandelt, in dem die Londoner Ausstellung in das Goldene Buch der größten Translokationen der Logistikgeschichte aufgenommen wurde. Ettore Mondigiani erinnerte sich 15 Jahre später in seinem Memoir so. In der Geschichte, ich zitiere, in der Geschichte gab es viele Exode von Kunstwerken vor und nach demjenigen der Paten und Skulpturen, die Lord Elgin nach London brachte und dem anderen als Napoleon Kunstschätze von Italien nach Paris brachte, gefolgt vom Wiener Vertrag und ihre Rückkehr nach Italien, Dankanova. Aber zweifellos war der Transport der Kunstwerke 1929 für die Londoner Ausstellung der Imposantesten, der jemals über das Meer durchgeführt wurde. Hier tauchen die Bildtopie und Argumentationsmuster auf, die für die Instrumentalisierung der Kunst für politische Zwecke durch die Spektakularisierung der Transportlogistik typisch sind. Diese Rhetorik ist so überzeugend und allgegenwärtig, dass sie regelmäßig durch Bilder wieder erlebt wird. 2019, anlässlich des 210-jährigen Jubiläums der Pinakotheca di Brera, schuf der Zeichner Paolo Baciglieri einen Comic, das der Figur von Ettore Mondigiani und seiner Mitarbeiterin und Nachfolgerin Fernanda Wittgens gewidmet ist. Obwohl Mondigianis Biografie später vom dunklen Kapitel der judenfeindlichen Rassenverfolgung geprägt ist, erscheint die Londoner Ausstellung im Bacilleris Buch in einem feierlichen Ton, der in der Tat den Duktus von Modigianis eigenen Memoire produziert. Die Bilder der auf den Wellen schwankenden Leonardo da Vinci markieren den anfänglichen Pathos-Höpunkt des Bandes, der sich auf der letzten Seite des ersten Kapitels auflöst. Im Kontakt zwischen dem idealen und unsterblichen Gesicht der italienischer Kunst und den individualisierten Gesichtern der ausländischen BesucherInnen erscheint die Erstellung als ein Unternehmen der Demokratisierung der Kunst für die Massen. Unter dem Schleier des wohlwollenden Paternalismus verbirgt sich seine umstritten politische Absicht in einer legitimierenden Rhetorik, die sich in Modigianis' letzten Worte verdichtet. Sie meine valse la pena, ich komme se ne valse la pena. Ja, aber das war es wert. Und wie es das wert war. Der zweite Teil meines Vortrags betrifft den Aspekt der Materialität von Ausstellungen. Das heißt, der Raum, die Zeit und die konkrete Art und Weise, in der Ausstellungen gestalten nehmen und manchmal die Materialität ausgestellte Werke verändern. Auf den ersten Blick scheinen Ausstellungen in gewissem Sinne die komplementäre Dimension zum Museum darzustellen, dass sie die Werke bewegen und somit dem Risiko einer Beschädigung aussetzen. Die Notwendigkeit, das mit der Ausstellung und Zirkulation der Werke verbundene Risiko zu verringern und zu kontrollieren, braucht nicht nur den symbolischen, sondern auch den physischen Raum der Museen. Dies ist zum Beispiel die Werbung für den modernen Minimax-Feuerlöscher, der die Schätze von Archiven, Bibliotheken, Museen und Kunstwerken vor Feuer schützen soll. Es ist kein Zufall, dass die Werbung in einem Aufstellungskatalog zu finden ist, dem der Mostra della Pittura Italiana del Sessate Cento in Florenz im Jahr 1922. Trotz aller Vorsichts- und Sicherheitsmaßnahmen konnte die mit dem Transport verbundenen Risiken jedoch nicht beseitigt werden, insbesondere zu einer Zeit, als die Logistik für den Transport von Kunstwerken noch weit von den heutigen Standards entfernt war. Hier sehen Sie ein Bild aus der Demontagephase der Giottesca-Ausstellung, links, die 1937 in Florenz stattfand. Was da in der Luft hängt, ist, glaube ich, Giotto's Crucifix aus der Kirche Santa Maria Novella, bin mir nicht hundertprozentig sicher. Im Zusammenhang mit Ausstellungen entstandenen Schäden sind zahlreich, aber aus offensichtlichen Gründen schlecht dokumentiert und in der italienischen Presse völlig unerwähnt. In den meisten Fällen werden sie erst Jahre später öffentlich oder in der internationalen Presse verhandelt. Dies ist zum Beispiel der Fall bei der Tafel der Verkündigung von Botticelli im Werkstatt in der Glasgow Art Gallery, die bei der Londoner Ausstellung 1930 beschädigt wurde. Ein Artikel in der Times prangerte das Auftreten von Blasen und das Ablösen des Farbenfilms an. Modigliani wies in einem Brief an die Zeitung jede Verantwortung zurück und erklärte, das Werk sei bereits beschädigt gewesen, als es in London ankam. Anders ist bei Giovanni Pisano's Grabmal der Margarete von Brabant, einem der bedeutendsten Werke der italienischen Bildhaurei des 14. Jahrhunderts, das 1935 auf der Pariser Ausstellung gezeigt wurde. Bei seiner Ankunft in Florenz, wo die für Paris bestimmten Werke gesammelt wurden, erlebte die Ausstellungsorganisatoren eine böse Überraschung. Ich zitiere aus dem Zustandsbericht. Beim Öffnen der größeren Kisten, die die Gruppe der Kaiserin und eines Engels enthielt, wurde festgestellt, dass der linke Arm der Kaiserin über der Hand des Engels, die ihn hielt, gebrochen war. Ein vollständiger Bruch, der durch Absplitterung an den Rändern, besonders am unteren Rand, verschlimmert wurde. Versplitterungen, die auch den Daumen der Hand des Engels beschädigten. Die Splitter wurden in der Kiste gefunden und mit äußerster Sorgfalt aufgesammelt. Endes Zitat. Trotz des Unfalls wurde das Werk in Rekordzeit restauriert, sodass es zwei Wochen später in der großen Pariser Ausstellung gezeigt werden konnte. Die Margarete von Brabant ist ein Sonderfall unter den vielen Restaurierungen, die anlässlich von Ausstellungen durchgeführt werden, um den Fahrfilm zu festigen, Schäden zu vermeiden und das ästhetische Erscheinungsbild der Exponate zu verbessern und zu harmonisieren. Innerhalb weniger Wochen restaurierten Mauro Pelliccioli und seiner Werkstatt etwa 50 Werke, die für die Londoner Ausstellung bestimmt waren. Darunter befanden sich empfindliche und äußerst wertvolle Tafelgemälde wie Titians Gotzei Altar aus Ancona, Perugino der ewige Vater aus Perugia und Giovanni Bellinis Pietà aus Rimini. Am Ende der Ausstellung verteidigte sich der Mailänder Museumsmann Antonio Morassi, der auf dem Foto links sitzt, gegenüber denjenigen, die die rücksichtlose Reise der italienischen Werke nach London kritisiert hatten. Ich zitiere, aber geben wir zu, dass zwei oder drei der 350 italienischen Gemälde nach ihrer Reise, nach ihrer Rückkehr in ihr Heimatland einige Kratzer, einige Farbabplatzungen, einige kleine Narben aufweisen. Nun, diese Schäden werden durch die in der Pinakotheca di Brera vor dem Transport nach London durchgeführten Restaurierungsarbeiten im vollen Umfang kompensiert. Die Restaurierungen sowie die Vorsichts- und Sicherheitsmaßnahmen stellten somit eine Form der Entschädigung dar, die weniger real als viel mehr psychologisch und rhetorisch gegen diejenigen gerichtet war, die die Ausstellungen wegen ihrer Risiken kritisierten. Im Falle der Pariser Ausstellung von 1935 richtete die italienische Organisatoren eine kleine Restaurierungswerkstatt ein, um in letzter Minute kosmetische Operationen und erste Hilfe für die italienischen Werke zu leisten. Außerdem wurde im Petit Palais Feldbetten aufgestellt, die bei Tag und Nacht die Anwesenheit von Überwachungspersonal signalisierte, dass die Sicherheit der Werke während des Aufbaus der Ausstellung gewährleisten sollte. Die Ausstellung Logistik wurde also mit der Zeit immer ausgefeilter und professioneller. Weniger als zwei Jahre nach der Londoner Ausstellung veröffentlicht das Office International des Museums vor Läufe des heutigen ICOMs die Ergebnisse einer Umfrage zum Thema der Einfluss des Seeklimas auf Kunstwerke und die Schutzmaßnahmen beim Seetransport. Der erste der vielen befragten Museumskuratoren, Speditoren und Restauratoren war Ettore Modigliani, der die Gelegenheit nutzte, um den Triumph der Londoner Ausstellung zu beschwören, in der er sagte, Zitat, der Zeitpunkt des Transports ist irrelevant, wenn die Verpackung wie bei der italienischen Ausstellung in London vorgenommen wird. Natürlich ist es immer besser, wenn diese Transporte bei Ruegersee durchgeführt werden können. Ende Zitat Schließlich veröffentlicht das Office International des Museums 1938 seine Handbuch die Erhaltung von Gemälde, la conservation de peinture, in dem ein ganzes Kapitel genau dem Thema Verpackung und Transport gewidmet war. In Dialog mit den Museen ziehen Ausstellungen die Grenzen dessen, was Victor Klaas als Espace d'Itinerance Kontrolle definiert. Einen Raum kontrollierter Mobilität, in dem genau vorgegebene Regeln und Standards gelten. Protokolle, Personal und Sicherheitssysteme, Methoden der Kontrolle und des Transports von Werken, bis hin zu dem, was wir heute präventive Konservierung nennen. Auf diese Weise geht das Paradigma der Konservierung über den ephemeren Moment der Ausstellung hinaus und formt den infrastrukturellen und zirkulierenden Apparat, der die globale Ströme von Werken in und aus den Museen bewegt. Abschließend möchte ich noch auf einen dritten und letzten Aspekt eingehen, der eng mit dem zweiten zusammenhängt und die Museumspolitik in Bezug auf Leihausstellungen betrifft. Wir haben bereits gesehen, wie der Präzedenzfall der italienischen Ausstellung in London viele Regierungen dazu veranlasst hatte, der Anfrage auf Leihgabe nachzukommen, um sich dem Prinzip der internationale Gegenseitigkeit nicht zu entziehen und dem Geist des Wettbewerbs zwischen den nationalen Mächten zu entsprechen. In ähnlicher Weise wirkte sich die Folgen des Brandes des Glaspalastes auf die transnationale Dimension der Museumstätigkeit aus. Anlässlich der Ausstellung italienischer Kunst in Paris 1935 verweigerte die deutsche Regierung Leihgabe, weil, so der französische Botschafter in Berlin André-François Ponce, Zitat, nach dem Brand, der vor einigen Jahren eine internationale Gemäldeausstellung in München vernichtet und erheblichen Schaden angerichtet hat, wurde beschlossen und ein entsprechender Artikel in den Vorschriften des Deutschen Museums aufgenommen, dass in Zukunft keine Gemälde mehr aus Deutschland herausgebracht werden. Soweit ich weiß, und ich glaube, es wurde auch heute bestätigt, handelt sich in diesem Fall um einen Vorwand oder zumindest eine Übertreibung, da deutsche Museen auch nach 1931 ihre Werke verliehen haben. Die ersten Gründe waren eher politisch, denn die Pariser Ausstellung war das Ergebnis der antideutschen diplomatischen Annäherung Mussolinis an Frankreich. Aber selbst wenn es sich um einen Vorwand handelt, ist es doch ein relevantes Beispiel für das Eko, das Ereignisse wie die Brandkatastrophe auf die Leihpolitik und die europäische Ausstellungsdiplomatie dieser Jahre hatte. Im selben Jahr veröffentlichte der Schweizer Museumskurator Waldemar Deonna in der Zeitschrift Museen einen Artikel über die Notwendigkeit einer Regulierung internationaler Kunstausstellungen. Deonna ging von der Feststellung aus, dass Zitat Es gibt einen Missbrauch von Kunstausstellungen, egal ob es sich um internationale, nationale oder kleinere Ausstellungen handelt. Zweitens, es gibt einen Antagonismus zwischen dem Interesse der Museen und denen der Ausstellungen. Erster denken an die Erhaltung der Werke für die Zukunft, die anderen an ihre unmittelbare Nutzung, ohne sich um die Zukunft zu kümmern. Ende Zitat. Deonna meinte, der Missbrauch von politisch motivierter Leihgabe habe die Entscheidungsfähigkeit der MuseumskuratorInnen ausgehöhlt und das Museum auf, ich zitiere, einen Laden, aus dem die Kunstwerke in ständiger Bewegung heraus- und hineingehen. In einem Artikel im Journal de Genève berichtete Deonna, dass sein Museum, das Musée d'Histoire de Genève, beschlossen hatte, Leihgabe aus seiner Sammlung abzulehnen, nachdem zahlreiche Fälle von Beschädigungen an von Ausstellungen zurückkehrenden Werken entdeckt worden waren. So fragte er sich polemisch. Doch wie kann man den ständigen Anfragen widerstehen, vor allem wenn sie durch offizielle Empfehlungen gestützt werden? Das Museum in Genève war laut Deonna kein Einzelfall. Ich zitiere, mehrere Museen tun das Gleiche. Nach dem Brand des Münchner Glaspalastes im Jahr 1931 beschloss die Leitung der New Kasper Gypsothek in Kopenhagen, keine Gemälde oder Skulpturen mehr auszuleihen, auch nicht in Dänemark. Zwei Jahre nach Deonna's Appell griff schließlich das Office International des Musées mit einer Regulation of International Art Exhibition ein. Die Leitlinien sollten von den einzelnen nationalen Regierungen umgesetzt werden. Die Regulation umfasste unter anderem ein System zur Registrierung von Ausstellungen, um Überschneidungen und Wiederholungen von Leihgaben zu vermeiden, um bekräftigten die absolute Verantwortung und Autorität des Museums bei der Annahme oder Ablehnung von Leihanträgen. Die Ablehnung sollte man automatisch erfolgen, ich zitiere, wenn sich die Leihgaben auf Objekte beziehen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit oder Zerbrechlichkeit nicht befördert werden können. Unter Punkt 11 schließlich wird empfohlen, Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Beschädigung und Verlust zu ergreifen. Die gewählte Räumlichkeit müssen allen Anforderungen an die Sicherheit gegen Feuer, Einbruch, Diebstahl oder Beeinträchtigung der ausgestellten Gegenstände durch äußere Einflüsse oder Witterungseinflüsse genügen. Der besondere Charakter der ausgestellten Werke muss bei den getroffenen Maßnahmen berücksichtigt werden. Das Beparken, der Transport, das Ausparken, das Aufhängen und das Wiedereinparken müssen unter Aufsicht von qualifizierten Personen und mit großmöglicher Vorsicht erfolgen. Doch wie wirkte sich die Regulation auf das internationale Aufstellungswesen aus? Rückblickend erscheint das Ergebnis dieser Maßnahme paradoxal. Nicht nur, dass die Leitlinien des Office International de Musee zur begrenzenden Zahl der Ausstellungen unbeachtet blieben, sondern die Ausstellungen erlebten nach dem Zweiten Weltkrieg einen regelrechten Boom, als die Zirkulation von Kunstwerken als Mittel für die Wiedererstellung der diplomatischen Beziehung und als Eckpfeiler des neuen europäischen Integrationsprojekts gerechtfertigt wurde. Wie die Studien von Nachel de Silva gezeigt haben, geriet die Arbeit des Office International de Musee in Vergessenheit. Die neuen Netzwerke von intellektueller Zusammenarbeit trieben die technisch-logistische Verfeinerung des Ausstellungssystems auf ein immer höheres Niveau und führten das System der großen diplomatischen Ausstellungen der 30er Jahre zu der kommerziellen Hypertrophie der Blockbuster und Welttournee von Meisterwerken der 70er und 60er Jahre. Zusammenfassend scheint mir, dass eine multifokale Perspektive auf die Geschichte von Ausstellungen, wenn auch nicht das ideale Werkzeug, einer der besten Schlüssel ist, um die Komplexität des Ausstellungsphänomens zu begreifen, indem sie uns erlaubt, die Rezeptionsgeschichte, die Materialität der Werke und die Politik der Museen darzustellen. Ausstellungen müssen wir als ein Labor begreifen, um die Nutzung und den Missbrauch von Kunst, die Mobilisierung des realen und symbolischen Kapitals der Museen, sowie die Zirkulation von Werken, Menschen und Wissen in komplexen und niemals neutralen Kraftfeldern zu untersuchen. Diese Komplexität lädt dazu ein, den Werkzeugkasten der Kunstgeschichte zu öffnen und ihn unabhängig von disziplinären und nationalen Zugehörigkeiten zu nutzen, wie auch Francis Haskell, ein britischer Wissenschaftler mit einer großen Anhängerschaft in Italien, und das Projekt Translocation, das aus den deutsch-französischen Studien von Benedikt Savoy hervorgegangen ist. Bei näher Betrachtung geht es nicht so sehr um verschiedene Perspektive, sondern um einen beweglichen, offenen und neugierigen Blick, der bereit ist, den vielfältigen Wegen zu folgen, auf denen sich die Werke in Raum und Zeit bewegen und immer neue Bedeutungen erlangen. Danke.